Du kannst da ganz links auch erst versuchen, versteckt zu radarieren. Ja. Okay, aufgepasst, wir haben drei Demoins, der Gegner, ja, wir haben Tränen der Wüste und ne Wuster. Und ein Zerstörer. Wuster. Eine Sau nur. Gibt Gas, Leechee. Und ne Wüste. Okay. Wieso soll ich Gas geben, wenn es noch 20 Sekunden sind, Herr Prime? Du hast die Arschloch-Position. Ne, ne. Doch, doch. Doch, doch. Ne, Leechee, du hast doch. Halte die Klappe! Ja, dann wird es eigentlich besser. Aber dir wird da oben jetzt ganz wenig entgegenkommen, ich glaube, du wirst jetzt wenig Probleme haben zur Insel oben zu kommen. Ja, genau, mit dem Wuster gleich als erstes. Ja, bin ja hoch mit. Ja, du fährst immer falsch, jetzt kriegen wir die Dinger nicht raus, Ionasi. Ja, genau. Du bist der Noob. Leechee, ich bin noch da, ich smoke dich auch nicht, keine Sorge. Ich, ich dreh ab in die nächste Karte, ich hab Titus mit. Jungs, ruhig. Ruhe, oder werde ich gleich die C-Cappen? Ja, gib lieber Gas und Klappen. Oder werde ich gleich die C-Cappen? Ja, das werden wir gleich wieder probieren. Drei Demoins, nur eine Sau ist natürlich echt interessant. Das ist jetzt hier die Prime-Insel, der ist dafür prädestiniert. Gut ist, dass es sind alle Schiffe, die haben eine große Stralle und wenn wir sie gut flankieren, haben sie im Kreuzfeier. Ja. Ja. Da gehen sie raus, einer nach der anderen. Weit und breit, Jungs, weit und breit. Ja, ich bin gespannt, was der Gegner macht, wie er fährt, wohin er fährt jetzt. Ja, wir können schon hier etwas mit Radar erwarten. Ja, auch mein RPF. Vielleicht etwas auch hier, zwischen diesen Inseln. Ja, ist gerade zweimal umgesprungen. Einmal hier, einmal da. Das noch. Weil ich denke, dass die Wurzester, weil er so eine geringe Ausdeckungsreichweite hat, wird ein bisschen näher zu kommen. Es ist jetzt natürlich gut möglich, dass die Yu-Yang Smoke hat. Und die Wurzester einfach direkt hinterher fährt. Ja. Also stellt euch da oben dann vor allen Dingen drauf ein, wenn ihr den Zerstörer seht. Ich treue oben, ich fahre hier nicht mehr hin. Ah, die haben C gut schnell genommen. Gebt mir laufende RPF Titus, bitte. Okay. Ja, die Richtung, genau. Meinst du sie in der Mitte? Ja. Na, sie nicht zu weit hochkommen. Ja. Okay, das meine auch. Wenn du hier bremst, müsstest es reichen. Ich bin schon offen. Du bist schon offen? Ich bin offen. Okay. Und das ist mehr. Und der Reische verziehen auf mich. Und dann ist es noch ein bisschen aggressiver. Bremst schon mal bitte ab. Ja, wohl. Christoph, bitte einmal schon ein bisschen nach unten fahren. Ja, 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 ja. Oder auf dieser Linie. Wir brechen den Push hier unten einmal ab. Ich bin auch offen. Du bist auch offen. André nochmal bitte. Okay. Lass euch runterfahren. Soll ich Radar machen? Ja, mach. Mach Radar. Ja, ist in der Mitte. Mitte Yuyang. Also du nicht Titus. Yuyang ist in der Mitte, Mädels. Fokus die Demolch schnell raus. Ja. Verteidigungsposition unten. Ja. Da hinten ist auch die Sau. Ja. Boah, Alter. Ähm. André, du hast gleich die Yuyang im Radar recht weit, oder? Ja. Nasi, wir brauchen. Wenn du uns schnell hier hüpfst, dann hast du da Narnfreiheit. Okay. Ich mach an. Radar. Ist stehen geblieben. Steht direkt an der Insel. Ja. Versuch euch nach unten zu fahren, dass ihr euch da ein bisschen aufteilt. Ich fahr jetzt schon mit nach oben, dass wir oben. Wir versuchen jetzt oben die Schiffe rauszubekommen und oben das Cap zu bekommen. Ja, dann. Geht er eigentlich zurück, oder was? Nein, nein. Ich fahr einfach Richtung Süden. Ihr müsst die da einfach möglichst lange jetzt aufhalten. Ja? Ja, okay. Ah, hast du Radar noch an? Ja, ja, ist noch an. Die ist gerade hier rausgefahren. Siehst du? Ich komm mit hoch zum besseren Fokus. Ritchie? Ja, sehr gut. Was? Äh, unten erstmal nicht puffen, oder? Ähm. Dann mal auf Verteidigung gehen, lieber. Ja, wir holen uns hier da oben A und dann drehen wir sofort runter. Ja. Die ist verrat. Oh, die Yuyang ist raus. Sehr gut, hehehe. boustab Aquí. Ganz sehr gut, what the f***. Adam, du anbieter irfokusiert. Die fährt rückwärts. Die fährt rückwärts. Die fährt rückwärts. Genau. Fahrt über��zudUD. Die Demeu Dir jetzt fokussen. Ich trete schon wieder ein bisschen nach unten. Hier oben lehnt das Cap. Situs, kannst du reinfahren? Ja. Ja, schon Motorboost an. Yonasi, du kannst, sei so gut, nicht reinfahren, fahr runter, fahr runter, hier Richtung B. Also Richtung Moskwa runterfahren. Legio, wenn du nicht schießen musst, lass zu, bleib zu, bleib zu. Wollen wir die nicht erst rausnehmen, weil dann kommen wir hier... Du bist alleine der auf die schießen kann. Du hast ein 1 gegen 1, wenn du sie alleine rauskriegst... Genau. Kommt wieder vor, die kommt wieder vor. Genau, ich hab wieder vor, ja. Ist ja klar. Gut, wunderbar. Kein Ding, ich kann mich hier an den kleinen Dinsen reinschauen mit dir Richtung. Ja. Und ich drei auch schon nach unten Richtung B. Ich helfe eben Titus mit cappen, wenn's klappt und dann... Na, bis dahin nichts zu sagen. Ich fahr nach hinten, ne? Ich zieh sie jetzt weg. Ja, ja, ja. Vor außen rum. Dämon oder was, ist näher zu mir. Ja, soll ich sie aufmachen? Ja. Äh, ne. Moment. Nicht, ich kann auch nicht schießen. Okay, dann warten wir auch kurz. Alter, Yonasi, wie weit bist du wieder hochgefahren? Naja, das passt schon. Das war dann gut, aber... Da mussten wir jetzt schnell reagieren, weil unten wären wir sonst definitiv auseinandergenommen worden. Da ist die Montana, ist auf. Ah, Titus. Ich bin aber ständig hoch, hallo. Badmaker, Adam, bitte. Äh, fahr nicht weg, weil ich konnte ein bisschen Radar nutzen hier. Ja, ich muss jetzt wegfahren, weil ich hab hier von zwei Seiten Schiffe. Sieh mal an. Ich bin... Ja, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wir fokussen wieder Moin, Christoph. Die haben wir jetzt schön im Kreuzfeuer, ja? Ja. Okay, machen Sie ihn raus. Ja, so schnell geht's nicht, aber... Einfach Fokus aufrechterhalten. Jetzt zeigt er dir wieder bereit, Christoph. Jo, gleich. Was wolltest du, André? Nicht richtig, dass die rumfahren, oder was? Doch, doch, passt, passt. Okay, bye, bye. Adam lenkt ruhig schon lieber nach rechts ein, wegen der Montana. Ja. Ja. Ja, geht auf die Montana. Die Montana? Du kennst ja aber die Demont hier rausschießen. Ja, da ist Christoph gerade... Ah, Christoph. Okay, okay, passt schon, jetzt kann ich weg. Lass uns jetzt Verteidigungsposition einnehmen. Hier ist noch eine Sau vor mir, denke ich. Ich komm mit Richtung Süden. Oder? Hier ist entweder Worcester oder Sau. Ja, hier kommen wir. Mein RPF spinnt. Nein, das ist die Sau, okay. Äh, das heißt, dass... YOLO. Hier ist noch etwas näher zu mir. Ja, ich komme. Ihr habt gehört, nicht mehr reingreift. Na, passere ich schon, Jungs. So, kommt raus. Montana brennt. Montana brennt. Montana brennt. Buster ist auf, Christoph. Jo, komm. Oh, das war böse. Sau brennt. Mann. Jo, so schnell konnte ich die Tasse nicht drücken. Ne, das passt ja. Weil man niesen muss das. Aber es gibt so Dinge niesen. Ja, oder husten. Ja, oder husten. Ja, ja, oder husten. Voran, das läuft sehr schön. Sau kann anscheinend nicht löschen, die brennt nämlich immer noch. Ich glaube, die haben auch probiert. Ja. Dann nochmal. Sehr schön. Und tschüss. Ja. 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 Ich bin ein Easy Job. Was haben die denn gerade gemacht? Also, der Lucky Pass auf die Yuyang war natürlich schon nice. Ja, stimmt schon. Aber auch die andere. Ja, das ist auf dem Niesgedicht bevor, glaube ich. Und dann wollten sie es unten probieren. Und da haben wir uns dann halt nicht drauf eingelassen. Jetzt kommen wir auf Spanisch vor, ganz im Ernst. Aber gut umgeswitcht mit dem Schlachtschiff und jetzt auch nach oben. Okay. Okay. Das klingt lustig, ja. Die sind lustig. Die bekommen einen Daumen von nach oben. Ach, das geht nicht, oder? Geht ihnen nicht. Geht ihnen nicht. Warum geht das nicht? Ja, das haben sie rausgenommen, weil manchmal die Idioten sind. Wenn sie verlieren, geben sie einen Daumen nach unten, weißt du. Ach so? Ja, aber das muss man sagen. Die sind cool. Die haben es mit Humor genommen. Ach, stimmt. Schade. 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 Schade.